Peace Freunde, was geht? Ich bin's, eure Sandy und willkommen back auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Yo, warum sag ich immer deutschen YouTube-Kanal? Weil wir ja, wie gesagt, einen englischen haben. So Freunde, ich bin... Ohne Spaß, Leute, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, aber okay. Ja, was auch immer. Ich habe jetzt hier mein altes Handy wieder. So nach dem Motto, Girls can play too. Ja, das ist jetzt so ein Gaming-Handy, mehr oder weniger. Und ich habe mich jetzt ein bisschen hingesetzt und mir überlegt, ob ich mein Zimmer zu einem Gaming-Zimmer umändere. Ja, im Prinzip das Einzige, was ich brauche, wäre ein Fernseher. Was ich mir überlegt habe, jeder, der mein Zimmer kennt, weiß, wovon ich rede. Wo mein Schreibtisch ist, da ist ja oben so ein Whiteboard. Und dass ich das wegmache und dafür aber den Fernseher hinhänge, weil da habe ich alles Anschluss und dann meine Nintendo Switch anhänge. Und dann können wir auch richtig, richtig geile... Ich kann richtig geil zocken. Und das wäre halt so ein Plan von mir. Oder ob ich mir lieber einen Computer kaufen soll. Obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte, weil ich ja einen Laptop habe. Also mein Plan ist, Fernseher zu kaufen und den dann hinhängen und dann meinen Nintendo Switch anschließen und zwei neue Controller kaufen. Das ist mein Plan, Leute. So, und jetzt werdet ihr alles auf dem Samsung A10 sehen. Weil das ist jetzt der Samsung A10 und wir haben als erstes ein paar Pokémon-Karten, die ich vergessen habe, euch zu zeigen. Ja, das sind alles Pokémon-Karten. Ja. Wir fangen mal direkt mit dem ersten. Wir haben hier einen Toad. Ja, Magneten oder irgendwie sowas. Schlüsselanhänger. Dann haben wir eine kleine Spiele-Konsole. Dann haben wir eine Flaschen-Konsole von Cycrim. Dann haben wir auch einen Nintendo 2 des XL. Dann haben wir zweimal das letzte Spiel. Dann ist es Menschen 2. Einmal hier. Da ist nichts drin. Und wir haben hier sehr viele Spiele. Einmal das echte Spiel, das drin sein sollte. Denn Mario Party. And Changed to Kung Fu Panda 2. Und Wings Rocks. Das sind die Spiele, was dort drinnen sind. Keine Ahnung, warum. Dann haben wir hier noch zwei Cover. Einmal das New Super Mario Bustube. Und dann einmal Mario Kart 8. Dann haben wir einen Controller. Den wir jetzt Controller. Ja. Bisschen kaputt, aber alles. Und dann haben wir noch ganz viele kleine Birken, die jetzt auch alle sehen. Nächstes haben wir so Sticker, den nächsten Film, die wir jetzt benutzen. Dann noch mehr Sticker. Ein Hut und was weiß ich. Dann haben wir... Dann haben wir hier ein paar Figürchen. Figür... Katze und so. Noch mehr... Noch mehr Tiere. Mori one. Das kann den Kopf bewegen. Keine Ahnung. Okay, dann haben wir eine Haube. Or something. Noch ein Geschenk. Present. Dann irgendwas nochmal in Holz. Schlitten. Ich hab' noch. Feuer. Ich hab' einfach keine Idee. Meine Haupt... Ja Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like und ein Abo da. Ich hätte sagen, wir sehen uns bis morgen bei, Freunde. Peace, Freunde, was geht. Ich bin's, eueres Handy. Ja, ich hab' mein Tisch angenommen, aber ich mache das. Ja, das ist mein altes iPhone. Und hier hab' ich mein neues Handy. Das Samsung A10. Ja.